Die Eden Initiative ist ein Verbund einflussreicher, global agierender Umweltorganisationen. Ich bin Jana Rodriguez, die Sprecherin der Initiative. Wenn du die Herausforderungen der modernen Welt meistern willst, bist du bei uns goldrichtig. Der Megakonzern Global Trust unternimmt lachhafte Versuche, unsere Arbeit zu diskreditieren. Hör nicht auf die Einlassungen dieser ewig gestrigen Nachhaltigkeit kennt dieser Konzern doch nur beim Verschleiß natürliche Ressourcen. Entgegen der Global Trust Propaganda sind es gerade unsere umweltschonenden Greentech-Verfahren, die den Menschen Wohlstand und Sicherheit garantieren. Die Eden Initiative nutzt modernste Technologien zur Energiegewinnung. Unser ökonomischer Weitblick garantiert eine lebenswerte Welt auch für zukünftige Generationen. Rückständige Kräfte fühlen sich durch unseren Erfolg oft bedroht. Man hält uns für wehrlose Pazifisten, bedroht uns. Ein oft folgenschweres Missverständnis. Die Eden Initiative profitiert vom Weitblick ihres Gründers und geistigen Vaters Seamus Green. Wenn du dich bei uns engagierst, wird er das mit größter Freude zur Kenntnis nehmen. Schließ dich der Eden Initiative an. Streite mit uns für eine stabile, lebenswerte Welt. Wir brauchen wache Geister wie dich.